Und ihr macht jetzt Ultima Rally? Ach so, schön! Was sagt denn deine Tochter zu dem Auto? Wie findest du das? Bei dem musst du ganz sachte fahren, das ist... Keine Sorge, jetzt bist du nicht mit drauf, ich mach sie unterhalb. Das ist alles gut. Ja, wir müssen aber... Das ist deine Tochter, die hat genau so ein Recht wie du und ich auch, wenn die sagt, die möchte nicht mit drauf, weißt du dann... Ah, diese gute Kamera, die ist heute mal... Schön! Ja, das ist schon... Das ist schon echt... Nehmen wir uns da mit, weil wir sagen, wir wurden von der Polizei angehalten. Ja, genau. So, willkommen auf meinem Kanal, PeterRockeBilly1950. Soeben habe ich gerade unseren DDR-Bürger in Wartburg mit seiner Familie angehalten. Allgemeine Verkehrskontrolle. Das sind unsere lieben, netten Nachbarn, mit denen wir dann mal bei der nächsten Gelegenheit uns treffen, auf dem Ultima Treffen in Thale am 1. Jetzt müsste ich noch meinen Regulierstab so rausholen. Warte, da kommt was... gonna… Warte, daлена Warte, da